hallo und herzlich willkommen zur nächsten runde feiert hat der freddy's nicht mal freddy's sondern auch nur sister location letztes mal hat uns freddy jumpscared rigged by the way und jetzt müssen wir uns hier noch mal durch balloras wie nennt man das stage für raum durchsneaken und ja mal gucken wieder wie das so geht wir haben letztes mal so mini spät gekackt ich meine das war wichtig was echt doof ist dass ich muss ich denke ich würde sie in die europäische jahre hat rief muss sie erst wenn er so war ich denke heute noch einmal einige meile sterben ich hoffe jetzt nicht noch mal ich weiß ja nicht wie langsam ich das machen muss dieser problem da muss ich ein bisschen vorsichtiger spielen gehen wir nicht auf 50 oder so sondern auch weiß nicht 30 aber ist ja die sache bringt das dann was wenn ich auf 30 bin weiß ich 20 vielleicht gehen wir in 20er schritten das muss mir überlegen wie wir das dann machen wo wir in 20er schritten gehen ob wir in 10er lohnt sich überhaupt nicht das setzt sich halt irgendwann auch zurück und ich muss gucken wann bin ich safe wann bin ich in gefahr weil wie gesagt ich traue der sache da oben nicht das war angeblich grün aber er hat mich schnell gekriegt dass ich muss wirklich warten bis er das ist meine theorie dass er ganz nach hinten geht ich hasse diesen bad jetzt schon also ich hoffe wir müssen nicht in zukunft auch hier hin ich bin ein bisschen extra langsam wir sind ein bisschen vorsichtig gleich bei ihm ich bin kurz davor kommt schon lass mich einfach durchgehen ich hoffe ich muss nicht zurück ich hoffe wenn ich fertig bin motion trigger nice fertig you may now interface with the breaker control box using the interface may disrupt nearby electronics if you feel you are in danger feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect okay wir setzen uns erst auf grün ich würde sagen das ist erstmal der plan er muss da hinten bleiben und es muss grün sein dann können wir es machen ich glaube am anfang ist recht chillig ich mach doch auch 50 am anfang ich glaube desto mehr ich schaffe desto aggressiver wird er das ist wieder so 70 weg genau er ist näher gekommen jetzt warte ich bis er wieder zurück geht er ist zurückgegangen es ist grün nice weiter geht's jetzt machen wir auf full bisschen risky weißt okay jetzt warte ich bis ich wieder auf grün ist aber die beiden müssten sein außer er tippt sich jetzt auch schon rum dann okay fair enough ich würde mal so 30 sagen 30 erstmal okay nichts passiert anscheinend dann 50 dann 70 dann 90 dann 90 wo ist er nice unfällig das war doch das war doch gut das müssen wir jetzt langsam machen genau da haben wir das auch nächstes oh Gott das war schlecht bis 20 ich muss halt immer ungefähr gucken wo die sind dann auf 40 ja komm schon komm schon komm schon ich muss mich noch ein bisschen beeilen oh nein das ist falsch gemacht bis 50 vielleicht aber das fällt schon gemacht ein bisschen toll wir gehen bis 70 60 besser gesagt fast 70 ich versuche durchzuziehen oh okay darf ich nicht okay das darf ich nicht nochmal machen ich glaube danach gibt es noch eine stufe also er hätte noch näher kommen können aber so so wir gehen da bis ja okay das war's ich muss halt aufpassen jetzt hat es ganze Geräusche gemacht und er hat sich nicht bewegt und er hat sich wieder zurückgesetzt ja das wird sich ja jetzt jetzt gehe ich rauf 50 mehr nicht hier vorne du gehst zurück du gehst zurück sonst gehe ich nicht dran ja 0 bis 50 oh ich habe eine tasche mitgenommen komm schon wird grün ja sehr schön drück noch einmal oh wir ziehen durch sehr schön oh Gott man weiß halt nicht wie lange man das darf ich kann es ungefähr abschätzen aber ich weiß nicht ob das die beste strategie ist um das zu machen wir sind erst halb durch oh Gott ey so 55 ist glaube ich gut alles ist okay komm wir sind ein bisschen bisschen 70 ja es ist wohl 70 jetzt bis 45 ah ja 94 ich glaube so ist in Ordnung und jetzt einfach so fertig ach Gott drei Stück noch drei noch aber schön vorsichtig spielen und schön langsam ich habe ja gesagt das Spiel ist schon anders wenn ich da bin und einen Sound höre ne ich denke mich ich schalte das ab und jetzt warte ich wieder bis das bis er jetzt zurück zieht es fühlt sich ok mal gucken ob das gut war ah er ist wieder näher gekommen ich trau dem nicht geh zurück ja er ist näher gekommen warum ach komm schon wo ist hier seine Bühne komm schon geh weg es hat sich zurückgesetzt komplett ich glaube es hat sich komplett zurückgesetzt du hörst du hörst du hörst du hörst du hörst ha ha hm calm down and go back to sleep no one is here ich wollte gerade zeigen alter bitte ernst er hat sich komplett zurückgesetzt geil geh zurück zu eurem stage alles ist okay oder darf ich ihn auch nicht angucken keine ahnung aber das spiel erklärt mir halt nichts außer so und so ich weiß nicht ob ich ihn trauen kann ich weiß nicht ob ich ihn trauen kann der grün bitte ja danke oh Gott bitte freddie geh zurück zeig mir das zeig mir wie es aussieht ja calm down and go back to sleep oh ja ok gut dass ich es runter genommen habe oh nein komm schon wieder zurück ja let's go back to sleep bis 80 nur oh calm down I think it was just a nice wonger nope no one is here äh calm jetzt geht er wieder wahrscheinlich zurück auf 50 let's go back to our stage ah das ist jetzt nicht das ist jetzt ein ewiges langes video calm down and go back to sleep wenn das so weiter geht oh Gott ich möchte das nicht nochmal machen aber der will auch nicht ich meine auch wenn ich jetzt nur so sitzen würde ich könnte nicht rein weil es hm ah nur warten wir ein bisschen und hat sich komplett zurückgesetzt alter es kann nicht sein ich muss halt ein bisschen ich muss halt ein bisschen oh Freddy ich hasse dich go back to sleep no one is here ach alter der move er darf nicht move er ist wer weggemoved 90 ich lass bei 90 mal so und fertig so oh Gott jetzt können wir wieder ein bisschen chillen so machen direkt den nächsten ich warte auf movement ne warte nicht doch ich kann auf movement warten doch 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 ich traue mich nicht ich traue mich nicht ich würde das nicht verkacken komm schon nein mach ich nicht ich zieh nicht durch ja jetzt zieh ich durch ok boah hier ist 25 komm schon komm schon weg grün boah das ist ja absolut ätzend bis 25 ja da ist näher gekommen du gehst zurück sehr schön wir gehen hoch bis 24 45 sehr schön B nur bis 55 irgendwo mittendrin wie schnell diese scheiß zahl runter geht oh Gott ne treu ich nicht ne geht weg ja sehr schön so ungefähr 70 Alter ich trau dem nicht ich trau dem nicht wir gehen bis 80 ungefähr sodass wir hoffentlich nächstes mal einfach beenden können ok doch nicht vielleicht jetzt jetzt bleibt es wahrscheinlich extra lange ok doch nicht ok oh Gott ich will zurück ich will schon länger zurück aber mein Tisch hat einfach aufgehört frisch komm schon ich will das jetzt beenden komm schon ich will das jetzt beenden komm schon ich will das jetzt beenden komm schon komm schon gut zuhören einfach gut zuhören einfach gut zuhören da da muss ich hin da da muss ich hin da muss ich hin komm schon komm schon warum höre ich nichts nein ich auch durch ich sollte nur stoppen wenn ich Musik höre komm schon komm schon komm schon komm schon nn nn das ist eine Maus bin ich nicht das bin ich nicht ich gehe einfach nach Hause ich habe ich habe Feierabend ey ich habe auch keinen Spätdienst ja ja wie gesagt das ist der Wind kennst du ja Klima und so ne hat uns hier unten auch mittlerweile erreicht bin ich schon da nice easy einfachste Nacht gar kein Problem bin halt einfach der King jetzt heißt es wieder unsere Serie gucken als der Sonne setzt so auch wird ein anderes in der Saga der Liebe verloren zwischen Vlad und seiner verletzten Frau können sie sich befreit werden? können sie sich wieder werden? das und mehr passiert jetzt egal ich gucke die Serie Clara das Baby ist nicht mein es ist Vlad sie haben heute Probleme ihn in der Pflege hieß oder was viele Kinder kommen und rufen und was ja sie haben sie haben sie haben ihn aus dem aus dem mit einem was ich sie nicht ich 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 nicht ich oh die 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 verdammt meine letzte Folge hat schon so mit dem Cliffhanger geendet und die jetzt auch ey man aber die Serie ist so gut nein böses Kind dann würde ich sagen hier hört die Folge dann wieder auf wir sehen uns beim nächsten mal wieder tschüss los oder die 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 die